Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Photoshop Quick-Tipps und deswegen rede ich jetzt auch ganz schnell, weil er ja quick ist. Nein, es geht heute um ein cooles neues Feature in Photoshop. Mit der Photoshop-Version 2015.5 hat Adobe das Beschneiden-Werkzeug nämlich überarbeitet und das findet ihr hier links in der Werkzeugpalette. Und dieses Beschneiden-Werkzeug, das kann nun inhaltsbasiert arbeiten. Das kennt ihr vielleicht schon von dem Füll-Werkzeug zum Beispiel. Also wenn man einen Bereich markiert, am besten mit dem normalen Lasso, wie zum Beispiel dieses helle Flagge oder sowas ist das vielleicht. Dann kann man, wenn man auf Bearbeitet und Fläche füllen geht oder die Tastenkombination Shift und F5 benutzt, dann kann man hier normalerweise schwarz, grau, weiß auswählen, aber inzwischen auch inhaltsbasiert. Das haben die, glaube ich, mit CS5 oder sowas eingeführt. Das funktioniert ziemlich gut, denn wenn ich jetzt auf OK drücke, ist das fast weg. Und natürlich muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Aber im Grunde genommen, wir können mal vorher und nachher machen. Das ist vorher, das ist nachher. Es geht schon. Ist OK, kann man mitarbeiten, kann man noch ein bisschen verbessern. Aber das gibt es jetzt auch beim Beschneiden-Werkzeug, diese intelligente, inhaltsbasierte Arbeit. Und das kann einem ziemlich viel Arbeit erleichtern. Wenn man zum Beispiel ein Bild ein bisschen schräg gemacht hat, ihr seht hier, der Horizont ist ein bisschen schief, wenn wir den jetzt ein bisschen gerade machen, dann würden hier ja normalerweise solche Ecken entstehen. Und das wäre ja blöd, denn dann hat man ein bisschen Bild verloren. Also verloren hat man es, weil man es dann kleiner machen muss. Und das haben die jetzt in der neuen Photoshop-Version besser gemacht. Denn jetzt kann man hier diesen Haken setzen bei inhaltsbasiert und kann jetzt auch den Rahmen darüber hinausziehen. So, dann kann man mit dem Haken bestätigen. Dann rechnet er kurz und man sieht kaum eine Veränderung hier oben. Also ich sehe jetzt kaum eine. Hier ist jetzt eine leichte Linie drin. Die könnte man aber sehr leicht nochmal nachretuschieren. Zum Beispiel mit dem Reparatur-Pensel. Dann macht man sich die Pinselspitze ein bisschen kleiner. Dann wählt man hier in der Nähe eine Stelle aus mit der Alt-Taste gedrückt. Fährt da einmal drüber und weg ist die Linie. Hier genauso. Kann man einmal langfahren. Fertig. So, fällt das schon nicht mehr auf. So, das kann einem sehr viel Arbeit ersparen und Bilder, wo man dachte, ach, jetzt habe ich da so viel verloren, weil da noch irgendwie ein wichtiges Bildelement am Rand ist. Da kann man jetzt die neue Photoshop-Beschnittfunktion benutzen und hat damit das Bild gerettet. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, dann lass mir doch ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Und wenn du noch eine Frage hast, schreib die doch in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über auch ein Like bei Facebook oder bei Instagram. Kommt da vorbei. Checkt mich aus und guckt, was ich für tolle Arbeit mache. Oder auch nicht. Bis dann.